Ungekürt schildern könne, jedenfalls nicht in dem Kürniger Haus war. Unser jugendlicher Kunststil. Die Zwangsvorstellung. Dazu noch etwas von Bildern verstehen. Bilder in Sicherheit bringen zu müssen. In der Tat. Hatte der Knabe nicht nur am Wohnsitz des Malers. Die Demonstrationsperson hat im Laufe der Zeit. Sie konnte überall auftreten. Die Forderungen der Obsession an verschiedenen Orten. Unser jugendlicher Kunststil. In einer Schule, in einer Sparkasse, in einem Museum. Zunächst in Klüse hoch. Dass die Bilder wirklich nur einer imaginierten Gefahr entzogen werden sollten. Die Zwangsvorstellung. Mag daraus hervorgehen. Zunächst in Klüse hoch, dann aber auch in größeren Städten. Dass sie nun nirgendwo zum Verkauf angeboten wurden. Aufschlussreich. Huso, Schleswig, Kiel. Schließlich auch. In Hamburg. Bilder in Sicherheit bringen zu müssen. So offensichtlich verpackt. Für die Bewertung dieser Zwangshandlung. Sollten sie in ausgelegten Versteckung so lange bleiben. Sind die Protokolle der Kriminalpolizei von Schleswig und Hamburg. Bis die Gefahr vorüber wäre. Nachdem sich für Johnston auf frischer Tat gestellt worden war. Unser jugendlicher Kunststil. Die Forderungen der Obsession. Verteidigt er sich mit dem Argument, bedrohte Bilder retten zu müssen. Bis die Gefahr vorüber geht. Und zwar, wie es heißt, in einer Art. In der Tat. Die auf Wahnvorstellungen schließen lässt. Bilder! Ich habe Bilder in Sicherheit gebracht! Das ist alles! Was ist alles! ? Vielen Dank.